Sprossen sind wahre Nährstoffbomben. Sie liefern uns Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme, Mineralstoffe und Spurenelemente. Leicht verdaulich und hoch konzentriert, sodass Sprossen und Microgreens zu den Lebensmitteln mit der höchsten Vitalstoffdichte überhaupt zählen. Insofern gibt es viele Gründe dafür, Sprossen in die tägliche Ernährung zu integrieren. Wer aber im Supermarkt Aussteuer hält, wird feststellen, dass Sprossen nur selten zu finden sind und wenn, dann nur in einer geringen Auswahl und unverhältnismäßig teuer. Das wahre Potenzial der Sprossen schöpft man meiner Meinung nach nur mit einer eigenen Sprossenzucht aus. So kann man sich das ganze Jahr über unabhängig von Supermärkten, ohne viel Aufwand und so gut wie kostenlos mit Sprossen versorgen. Das einzige, was man dafür braucht, sind natürlich die Samen und ein Keimglas bzw. Sprossenglas. Keimgläser sind die einfachste Möglichkeit, um sämtliche Sprossen und sogar manche Microgreens bequem von zu Hause aus zu ziehen. Deshalb erfährst du von mir heute, wie du dir deine eigenen Keimgläser mit einem Volumen von fast 2 Litern ohne Aufwand, ohne Kleben und mit Abtropfgestell zusammenstellen kannst, damit du direkt mit der Sprossenzucht beginnen kannst. Ich persönlich habe lange nach den richtigen Keimgläsern für mich gesucht. Ich habe damit angefangen, dass ich mir ein Keimglas selbst gebastelt habe, wie es häufig empfohlen wird, indem man ein Sieb oder Fliegengitter per Gummiband über ein Einmachglas spannt. Das ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, die gut geeignet ist, um das Ganze spontan auszuprobieren und herauszufinden, ob man überhaupt Lust auf die Sprossenzucht hat. Das Ganze sieht aber natürlich nicht gerade gut aus und ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich nachhaltig, weil sich das Sieb früher oder später löst. Für diejenigen, die öfter Sprossen ziehen möchten, gibt es also bessere Alternativen. Dann gibt es noch die Methode, ein Sieb mit einer Heißklebepistole in den Deckel von einem Einmachglas zu kleben. Dadurch hält das Sieb zwar besser, die Methode ist aber vergleichsweise aufwendig und man möchte ja auch nicht unbedingt, dass die Sprossen mit Kleberesten in Kontakt kommen. Das ist natürlich die Schlussfolgerung nachvollziehbar, dass man sich einfach fertige Keimgläser kauft. Was mich dabei aber gestört hat, ist, dass die allermeisten Keimgläser, die man im Internet oder auch im Bioladen findet, ein Fassungsvermögen von maximal einem Liter haben. Wenn man Sprossen als Salatbeilage oder als Brotauflage verwendet, mag ein Liter ausreichend sein. Wer aber Sprossen Mahlzeiten zu sich nehmen möchte oder die Sprossen auch einfach etwas länger keimen lässt, stößt damit schnell an die Grenzen. Genauso, wenn man Microgreens im Keimglas ziehen möchte, was ja bei Saaten wie Alfalfa oder Brokkoli möglich ist. Dabei nehmen die Samen ein Vielfaches ihres ursprünglichen Volumens an, sodass das Keimglas häufig nicht ausreicht. Und selbst wenn es erstmal so aussieht, dass es ausreicht, habe ich bei kleineren Keimgläsern die Erfahrung gemacht, dass die Samen schneller schimmeln oder anfangen unangenehm zu riechen, weil die Sprossen einfach zu dicht aufeinander liegen und die Luft nicht ausreichend zirkulieren kann. Wenn du das Problem hast, dass deine Samen schimmeln bzw. nicht keimen, kann es also auch einfach daran liegen, dass dein Keimglas zu klein ist. Insofern ist es meiner Meinung nach immer am besten, möglichst große Keimgläser zu benutzen. Mittlerweile gibt es zum Glück immer mehr fertige Systeme mit großen Sprossengläsern. Ein Produkt, das ich empfehlen kann, ist das Sprossensystem von Eschenfelder. Hier bekommt man zwei bzw. drei hochwertige Keimgläser mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern und einer Abtropfschale. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Heißt aber nicht, dass du an der Stelle abschalten kannst, denn mit dem Material, das ich gleich vorstelle, bekommst du zu einem ähnlichen Preis drei Keimgläser, die meiner Meinung nach von der Qualität mindestens gleichwertig sind, gleichzeitig aber noch ein ganzes Stück größer sind und ein praktischeres Abtropfgestell haben. Die Gläser haben nämlich ein Fassungsvermögen von fast 2 Litern und du musst dafür weder kleben noch anderweitig handwerklich tätig werden. Dafür benötigen wir natürlich als erstes die eigentlichen Gläser. Wunderbar geeignet sind Ball Mason Jars. Das sind Einmachgläser ohne Bügelverschluss von sehr hoher Qualität. Die Gläser haben ein recht dickes Glas und sind dadurch besonders langlebig. Außerdem haben sie eine breite Öffnung, was die Luftzirkulation der Sprossen nochmal verbessert und das Risiko für Schimmel senkt. Damit das Glas jetzt auch zum Sprossenglas wird, benötigen wir einen Siebdeckel, damit das Wasser beim Spülen der Sprossen ablaufen kann, ohne dass diese herausfallen. Dafür gibt es zum Glück bestimmte Siebdeckel mit Schraubringen, die genau auf die Gläser passen, sodass wir nicht kleben müssen. Bis hierhin haben wir also schon mal ein Keimglas von sehr hoher Qualität mit einem Siebdeckel aus Edelstahl, der also überhaupt nicht rostet und auch nicht aus Plastik ist, wie es bei vielen Keimgläsern der Fall ist. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Abtropfgestell für das ablaufende Wasser nach dem Spülen der Gläser. Und auch das kann man wunderbar nachstellen. Und zwar mit einem Abtropfgestell von Ikea, das eigentlich für Geschirr gedacht ist, sich aber auch wunderbar für Sprossengläser eignet. In das Abtropfgestell passen drei von den 1,9 Liter Keimgläsern. Es funktioniert meiner Meinung nach sogar noch ein Stück besser, als die Schale bei vielen fertigen Sprossensets, weil die Schale mehr Wasser aufnehmen kann und man sie einfach herausziehen kann, ohne die Gläser verschieben zu müssen. Und das ist im Endeffekt auch schon alles, was du benötigst. Ich verlinke dir alle drei Produkte in der Videobeschreibung, also das Einmachglas, den Siebdeckel und das Abtropfgestell. Und damit ist es dann auch schon getan, denn wenn dir die Produkte vorliegen, ist keine Bastelarbeit mehr erforderlich. Du kannst den Siebdeckel dann einfach auf das Glas schrauben und dieses in das Abtropfgestell stellen. Und dann kannst du auch schon mit der Sprossenzucht beginnen. Für den Anfang bist du mit einem Keimglas sicherlich gut bedient. Wenn du aber regelmäßig Sprossen ziehen möchtest, was eine super Sache ist, dann kann es Sinn machen, direkt drei Keimgläser zusammenzubestellen. Das hat den Vorteil, dass du nicht nach jeder Sprossenmahlzeit zwei bis drei Tage warten musst, bis wieder neue Samen gekeimt sind, sondern du kannst parallel neue Samen ansetzen, sodass du jeden Tag versorgt bist. Außerdem passt in das Abtropfgestell, das ich verlinkt habe, wie gesagt, sowieso drei Keimgläser. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, dir deine eigenen Keimgläser zu bauen. Wenn bei dir noch eine Frage offen geblieben ist oder du noch eine Anregung hast, dann schreib mir die gerne in die Kommentare. Und wenn du in Zukunft kein Video mit hilfreichen Gesundheitstipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich bin mir sicher, dass du genauso davon profitieren wirst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.